Yeah, ey, Fortnite, das Spiel mit dem Bauen und den schlechten Seasons Ich kann Fortnite nicht mehr als den, nur noch Werbung wie im Fernsehen Nike, Marvel, DC, Rari, Bundle, GG Gibt es etwas, was Fortnite noch nicht gemacht hat, dann ist das ein gutes Update Oder eins, das auch mal Spaß macht Damals Spaß gehabt mit der Double Cup, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann spielt das Game die Mann Seit Season 10 wurde's komisch, Weltraum, UFOs und Agenten Und Season 20 lohnt sich, will man seine Zeit verschwenden Season 30, oh mein Gott, wann hört das endlich auf? Fortnite ist wie Lami, war im Hype und ist bald aus Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Cup, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Geld noch sehr kurzem dann, spielt das Game die Mann Dass man nur noch gegen Bots spielt, das ist klar Fortnite fährt PUBG und das ist wahr Fortnite hat ein Riesenpotenzial Zu dem schlechtesten Spiel dieses Jahr Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Cup, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann spielt das Game die Mann Damals Spaß gehabt mit der Double Cup, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann spielt das Game die Mann Ja Yeah Ey Fortnite Das Spiel mit dem Bauen Und den schlechten Seasons Ich kann Fortnite nicht mehr ernst nehmen Nur noch Werbung wie im Fernsehen Nike, Marvel, DC, Rari, Bundle, GG Gibt es etwas, was Fortnite noch nicht gemacht hat Dann ist das ein gutes Update Oder eins, das auch mal Spaß macht Damals Spaß gehabt mit der Double Cup, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann spielt das Game die Mann Sein Season 10 wurde komisch, Weltraum, Wufus und Agenten Und Season 20 lohnt sich, will man seine Zeit verschwenden Season 30, oh mein Gott, wann hört das endlich auf Fortnite ist wie Lami, war im Hype und ist bald aus Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Cup, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann spielt das Game die Mann Das man nur noch gegen Bots spielt, das ist klar Fortnite, Fake PUBG und das ist wahr Fortnite hat ein Riesenpotenzial Zu dem schlechtesten Spiel dieses Jahr Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Cup, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann spielt das Game die Mann Damals Spaß gehabt mit der Double Cup, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert? Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann spielt das Game die Mann Yeah Yeah Ey Fortnite Das Spiel mit dem Bauen Und den schlechten Seasons Ich kann Fortnite nicht mehr, es nimmt nur noch Werbung Wie im Fernsehen Nike, Marvel, DC, Rari, Bundle, GG Gibt es etwas, was Fortnite noch nicht gemacht hat? Dann ist das ein gutes Update oder eins, das auch mal Spaß macht Damals Spaß gehabt mit der Double-Part, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert? Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann spielt das Game die Mann Seit Season 10 wurde komisch, Weltraum, Wufus und Agenten Und Season 20 lohnt sich, will man seine Zeit verschwenden Season 30, oh mein Gott, wann hört das endlich auf? Fortnite ist wie Lami beim Hype und ist bald aus Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double-Part, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert? Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Geld noch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Dass man nur noch gegen Bot spielt, das ist klar Fortnite, Fake PUBG und das ist wahr Fortnite hat ein Riesenpotenzial Zu dem schlechtesten Spiel dieses Jahr Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double-Part, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert? Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann spielt das Game die Mann Damals Spaß gehabt mit der Double-Part, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert? Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann spielt das Game die Mann Ja Yeah Ey Fortnite Das Spiel mit dem Bauen Und den schlechten Seasons Ich kann Fortnite nicht mehr, es nimmt nur noch Werbung wie im Fernsehen Nike, Marvel, DC, Rari, Bundle, GG Gibt es etwas, was Fortnite noch nicht gemacht hat? Dann ist das ein gutes Update oder eins, das auch mal Spaß macht Damals Spaß gehabt mit der Double-Part, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert? Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann spielt das Game die Mann Seit Season 10 wird's komisch, Weltraum-Wufus und Agenten Und Season 20 lohnt sich, will man seine Zeit verschwenden Season 30, oh mein Gott, wann hört das endlich auf? Fortnite ist wie Lami beim Hype und ist bald aus Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double-Part, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert? Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Spielt noch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Dass man nur noch gegen Bots spielt, das ist klar Fortnite fake PUBG und das ist wahr Fortnite hat nen riesen Potential Zu dem schlechtesten Spiel dieses Jahr Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double-Part, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert? Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Damals Spaß gehabt mit der Double-Part, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert? Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Hält noch seit kurzem an, spielt das Game die Mahn, ja Yeah, ey, Fortnite, das Spiel mit dem Bauen und den schlechten Seasons Ich kann Fortnite nicht mehr ans Ding, nur noch Werbung wie im Fernsehen Nike, Marvel, DC, Rari, Bundle, GG Gibt es etwas, was Fortnite noch nicht gemacht hat, dann ist das ein gutes Update Oder eins, das auch mal Spaß macht Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel deinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mahn Seit Season 10 wurde's komisch, Weltraum, Wufus und Agenten Und Season 20 lohnt sich, will man seine Zeit verschwenden Season 30, oh mein Gott, wann hört das endlich auf? Fortnite ist wie Lami, war im Hype und ist bald aus Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel deinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mahn Dass man nur noch gegen Bots spielt, das ist klar Fortnite, Fake PUBG und das ist wahr Fortnite hat ein Riesenpotenzial Zu dem schlechtesten Spiel dieses Jahr Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel deinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mahn Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel deinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mahn Ja Yeah Ey Fortnite Das Spiel mit dem Bauen Und den schlechten Seasons Ich kann Fortnite nicht mehr ernst, nehmt nur noch Werbung wie im Fernsehen Nike, Marvel, DC, Rari Bundle, GG Gibt es etwas, was Fortnite noch nicht gemacht hat, dann ist das ein gutes Update Oder eins, das auch mal Spaß macht Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel deinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Spielt aus der kurzen Nacht, spielt das Game die Mahn Seit Season 10 wurde's komisch, Weltraum, UFOs und Agenten Und Season 20 lohnt sich, will man seine Zeit verschwenden Season 30, oh mein Gott, wann hört das endlich auf? Fortnite ist wie Lami, war im Hype und ist bald aus Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel deinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mahn Dass man nur noch gegen Bots spielt, das ist klar Fortnite, Fake PUBG und das ist wahr Fortnite hat nen Riesenpotenzial Zu dem schlechtesten Spiel dieses Jahr Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel deinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mahn Ja Ja Yeah Ey Fortnite Das Spiel mit dem Bauen Und den schlechten Seasons Ich kann Fortnite nicht mehr als Team, nur noch Werbung wie im Fernsehen Nike, Marvel, DC, Rari, Bundle, GG Gibt es etwas, was Fortnite noch nicht gemacht hat Dann ist das ein gutes Update Oder eins, das auch mal Spaß macht Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel deinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Ja Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mahn Sein Season 10 wurde's komisch, Weltraum, UFOs und Agenten Und Season 20 lohnt sich, will man seine Zeit verschwenden Season 30, oh mein Gott, wann hört das endlich auf? Fortnite ist wie Lami, war im Hype und ist bald aus Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel deinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Geld noch seit kurzem dann, spielt das Game die Mahns Dass man nur noch gegen Bots spielt, das ist klar Fortnite, Fake PUBG und das ist wahr Fortnite hat ein Riesenpotenzial Zu dem schlechtesten Spiel dieses Jahr Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel deinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert? Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert? Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Yeah, ey, Fortnite, das Spiel mit dem Bauen und den schlechten Seasons Ich kann Fortnite nicht mehr als den, nur noch Werbung wie im Fernsehen Nike, Marvel, DC, Rari, Bundle, GG Gibt es etwas, was Fortnite noch nicht gemacht hat, dann ist das ein gutes Update Oder eins, das auch mal Spaß macht Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert? Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Seit Season 10 wurde komisch, Weltraum, UFOs und Agenten Und Season 20 lohnt sich, will man seine Zeit verschwenden Season 30, oh mein Gott, wann hört das endlich auf? Fortnite ist wie Lami beim Hype und ist bald aus Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert? Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Spielt noch seit kurzem dann, spielt das Game die Manns Dass man nur noch gegen Bots spielt, das ist klar Fortnite fängt PUBG und das ist wahr Fortnite hat ein Riesenpotenzial Zu dem schlechtesten Spiel dieses Jahr Noch ne Season Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert? Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Noch seit kurzem dann, spielt das Game die Manns Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert? Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Noch seit kurzem dann, spielt das Game die Manns Yeah Yeah Ey Fortnite Das Spiel mit dem Bauen Und den schlechten Seasons Ich kann Fortnite nicht mehr ernst nehmen, nur noch Werbung wie im Fernsehen Nike, Marvel, DC, Rari, Bundle, GG Gibt es etwas, was Fortnite noch nicht gemacht hat? Dann ist das ein gutes Update oder eins, das auch mal Spaß macht Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert? Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Welt aus der kurzen Nacht, spielt das Game die Manns Seit Season 10 wurde's komisch, Weltraum, UFOs und Agenten Und Season 20 lohnt sich, will man seine Zeit verschwenden Season 30, oh mein Gott, wann hört das endlich auf? Fortnite ist wie Lami beim Hype und ist bald aus Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert? Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Manns Dass man nur noch gegen Bots spielt, das ist klar Fortnite, Fake PUBG und das ist wahr Fortnite hat ein Riesenpotenzial Zu dem schlechtesten Spiel dieses Jahr Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert? Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Manns Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert? Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Manns Yeah Yeah Ey Fortnite Das Spiel mit dem Bauen Und den schlechten Seasons Ich kann Fortnite nicht mehr ernst, nehmt nur noch Werbung wie im Fernsehen Nike, Marvel, DC, Rari, Bundle, GG Gibt es etwas, was Fortnite noch nicht gemacht hat? Dann ist das ein gutes Update oder eins, das auch mal Spaß macht Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert? Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Spielt noch sehr kurzem dann, spielt das Game die Manns Seit Season 10 wurd's komisch, Weltraum, UFOs und Agenten Und Season 20 lohnt sich, will man seine Zeit verschwenden? Season 30, oh mein Gott, wann hört das endlich auf? Fortnite ist wie Lami, war im Heim und ist bald aus Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert? Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Manns Dass man nur noch gegen Bots spielt, das ist klar Fortnite, Fake PUBG und das ist wahr Fortnite hat ein Riesenpotenzial Zu dem schlechtesten Spiel dieses Jahr Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert? Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Manns Und den schlechten Seasons Ich kann Fortnite nicht mehr ernst nehmen, nur noch Werbung wie im Fernsehen Nike, Marvel, DC, Rari, Bundle, GG Gibt es etwas, was Fortnite noch nicht gemacht hat? Dann ist das ein gutes Update oder eins, das auch mal Spaß macht Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert? Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Manns Seit Season 10 wird's komisch, Weltraum, UFOs und Agenten Und Season 20 lohnt sich, will man seine Zeit verschwenden Season 30, oh mein Gott, wann hört das endlich auf? Fortnite ist wie Lami beim Hype und ist bald aus Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert? Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Geld aus der kurzen Nacht, spielt das Game die Manns Dass man nur noch gegen Bots spielt, das ist klar Fortnite, Fake PUBG und das ist wahr Fortnite hat ein Riesenpotenzial Zu dem schlechtesten Spiel dieses Jahr Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert? Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Manns Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert? Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Manns Ja Yeah Ey Fortnite Das Spiel mit dem Bauen Und den schlechten Seasons Ich kann Fortnite nicht mehr ernst, nehm nur noch Werbung Wie im Fernsehen Nike, Marvel, DC Rari, Bundle, GG Gibt es etwas, was Fortnite noch nicht gemacht hat? Dann ist das ein gutes Update oder eins, das auch mal Spaß macht Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert? Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Er hält aus dem kurzen Tag, spielt das Game die Manns Seit Season 10 wurde's komisch, Weltraum, UFOs und Agenten Und Season 20 lohnt sich, will man seine Zeit verschwenden? Season 30, oh mein Gott, wann hört das endlich auf? Fortnite ist wie Lami, war im Hype und ist bald aus! Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert? Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Hält aus dem kurzen Tag, spielt das Game die Manns Dass man nur noch gegen Bots spielt, das ist klar Fortnite fake PUBG und das ist wahr Fortnite hat nen riesen Potential Zu dem schlechtesten Spiel dieses Jahr Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert? Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Manns Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert? Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Welt aus der kurzen Nacht spielt das Game die Mann Yeah Yeah Ey Fortnite Das Spiel mit dem Bauen Und den schlechten Seasons Ich kann Fortnite nicht mehr ernst nehmen nur noch Werbung wie im Fernsehen Nike, Marvel, DC, Rari, Bundle, GG Gibt es etwas was Fortnite noch nicht gemacht hat Dann ist das ein gutes Update oder eins, das auch mal Spaß macht Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann spielt das Game die Mann Seit Season 10 wurde's komisch, Weltraum, UFOs und Agenten Und Season 20 lohnt sich, will man seine Zeit verschwenden Season 30, oh mein Gott, wann hört das endlich auf? Fortnite ist wie Lami beim Heim und ist bald aus Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ja 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 Ey Fortnite Das Spiel mit dem Bauen Und den schlechten Seasons Ich kann Fortnite nicht mehr ernst nehmen, nur noch Werbung wie im Fernsehen Nike, Marvel, DC Rari, Bundle, GG Gibt es etwas, was Fortnite noch nicht gemacht hat, dann ist das ein gutes Update Oder eins, das auch mal Spaß macht Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Spielt aus der kurzen Nacht, spielt das Game wie man Seit Season 10 wurd's komisch, Weltraum, UFOs und Agenten Und Season 20 lohnt sich, will man seine Zeit verschwenden Season 30, oh mein Gott, wann hört das endlich auf? Fortnite ist wie Lami beim Heim und ist bald aus Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game niemand Das man nur noch gegen Bots spielt, das ist klar Fortnite fällt PUBG und das ist wahr Fortnite hat nen Riesenpotenzial Zu dem schlechtesten Spiel dieses Jahr Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game niemand Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Auf der kurzen Damm spielt das Game die Mann Yeah, ey, Fortnite Das Spiel mit dem Bauen und den schlechten Seasons Ich kann Fortnite nicht mehr ernst nehmen, nur noch Werbung wie im Fernsehen Nike, Marvel, DC, Rari, Bundle, GG Gibt es etwas, was Fortnite noch nicht gemacht hat, dann ist das ein gutes Update Oder eins, das auch mal Spaß macht Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Seit Season 10 wurd's komisch, Weltraum, UFOs und Agenten Und Season 20 lohnt sich, will man seine Zeit verschwenden Season 30, oh mein Gott, wann hört das endlich auf? Fortnite ist wie Lamy, war im Hype und ist bald aus Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Dass man nur noch gegen Bots spielt, das ist klar Fortnite, Fake PUBG und das ist wahr Fortnite hat ein riesen Potenzial Zu dem schlechtesten Spiel dieses Jahr Ja Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Ja Yeah Ey Fortnite Das Spiel mit dem Bauen Und den schlechten Seasons Ich kann Fortnite nicht mehr ernst nehmen, nur noch Werbung wie im Fernsehen Nike, Marvel, DC, Rari, Bundle, GG Gibt es etwas, was Fortnite noch nicht gemacht hat, dann ist das ein gutes Update Oder eins, das auch mal Spaß macht Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Sein Season 10 wurd's komisch, Weltraum-Wufus und Agenten Und Season 20 lohnt sich, will man seine Zeit verschwenden Season 30, oh mein Gott, wann hört das endlich auf Fortnite ist wie Lamy beim Hype und ist bald aus Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Das man nur noch gegen Bot spielt, das ist klar Fortnite fängt PUBG und das ist wahr Fortnite hat nen riesen Potenzial Zu dem schlechtesten Spiel dieses Jahr Noch ne Season Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Ja Yeah Ey Fortnite Das Spiel mit dem Bauen Und den schlechten Seasons Ich kann Fortnite nicht mehr ernst nehmen, nur noch Werbung wie im Fernsehen Nike, Marvel, DC, Rari, Bundle, GG Gibt es etwas, was Fortnite noch nicht gemacht hat, dann ist das ein gutes Update Oder eins, das auch mal Spaß macht Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Seit Season 10 wurde's komisch, Weltraum, UFOs und Agenten Und Season 20 lohnt sich, will man seine Zeit verschwenden Season 30, oh mein Gott, wann hört das endlich auf Fortnite ist wie Lamy beim Hype und ist bald aus Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Das man nur noch gegen Bots spielt, das ist klar Fortnite fällt PUBG und das ist wahr Fortnite hat ein riesen Potenzial Zu dem schlechtesten Spiel dieses Jahr Noch ne Season Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Ich bin abgefuckt, ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Ja Yeah Ey Fortnite Das Spiel mit dem Bauen Und den schlechten Seasons Ich kann Fortnite nicht mehr ernst nehmen, nur noch Werbung wie im Fernsehen Nike, Marvel, DC, Rari, Bundle, GG Gibt es etwas, was Fortnite noch nicht gemacht hat, dann ist das ein gutes Update Oder eins, das auch mal Spaß macht Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Seit Season 10 wurd's komisch, Weltraum, UFOs und Agenten Und Season 20 lohnt sich, will man seine Zeit verschwenden Season 30, oh mein Gott, wann hört das endlich auf Fortnite ist wie Lamy beim Hype und ist bald aus Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Das man nur noch gegen Bots spielt, das ist klar Fortnite fällt PUBG und das ist wahr Fortnite hat nen riesen Potenzial Zu dem schlechtesten Spiel dieses Jahr Noch ne Season Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Noch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Ja Yeah Ey Fortnite Das Spiel mit dem Bauen Und den schlechten Seasons Ich kann Fortnite nicht mehr ernst nehmen, nur noch Werbung wie im Fernsehen Nike, Marvel, DC Rari, Bundle, GG Gibt es etwas, was Fortnite noch nicht gemacht hat Dann ist das ein gutes Update oder eins, das auch mal Spaß macht Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel deinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Seit Season 10 wurd's komisch, Weltraum, UFOs und Agenten Und Season 20 lohnt sich, will man seine Zeit verschwenden Season 30, oh mein Gott, wann hört das endlich auf? Fortnite ist wie Lami, war im Heim und ist bald aus Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Dass man nur noch gegen Bots spielt, das ist klar Fortnite Fake PUBG und das ist wahr Fortnite hat ein riesen Potenzial Zu dem schlechtesten Spiel dieses Jahr Noch ne Season Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Ja Yeah Ey Fortnite Das Spiel mit dem Bauen Und den schlechten Seasons Ich kann Fortnite nicht mehr ernst nehmen, nur noch Werbung wie im Fernsehen Nike, Marvel, DC, Rari, Bundle, GG Gibt es etwas, was Fortnite noch nicht gemacht hat, dann ist das ein gutes Update Oder eins, das auch mal Spaß macht Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Seit Season 10 wurde's komisch, Weltraum, UFOs und Agenten Und Season 20 lohnt sich, will man seine Zeit verschwenden Season 30, oh mein Gott, wann hört das endlich auf Fortnite ist wie Lamy beim Hype und ist bald aus Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Das man nur noch gegen Bots spielt, das ist klar Fortnite fällt PUBG und das ist wahr Fortnite hat nen riesen Potenzial Zu dem schlechtesten Spiel dieses Jahr Noch ne Season Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Ja Yeah Ey Fortnite Das Spiel mit dem Bauen Und den schlechten Seasons Ich kann Fortnite nicht mehr ernst nehmen, nur noch Werbung wie im Fernsehen Nike, Marvel, DC Rari, Bundle, GG Gibt es etwas, was Fortnite noch nicht gemacht hat Dann ist das ein gutes Update oder eins, das auch mal Spaß macht Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Seit Season 10 wurde's komisch, Weltraum, UFOs und Agenten Und Season 20 lohnt sich, will man seine Zeit verschwenden Season 30, oh mein Gott, wann hört das endlich auf? Fortnite ist wie Lami, war im Heim und ist bald aus Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Dass man nur noch gegen Bots spielt, das ist klar Fortnite Fake PUBG und das ist wahr Fortnite hat ein riesen Potenzial Zu dem schlechtesten Spiel dieses Jahr Noch ne Season Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Ja Yeah Ey Fortnite Das Spiel mit dem Bauen Und den schlechten Seasons Ich kann Fortnite nicht mehr ernst nehmen, nur noch Werbung wie im Fernsehen Nike, Marvel, DC, Rari, Bundle, GG Gibt es etwas, was Fortnite noch nicht gemacht hat, dann ist das ein gutes Update Oder eins, das auch mal Spaß macht Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Seit Season 10 wurd's komisch, Weltraum, UFOs und Agenten Und Season 20 lohnt sich, will man seine Zeit verschwenden Season 30, oh mein Gott, wann hört das endlich auf Fortnite ist wie Lamy beim Hype und ist bald aus Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Das man nur noch gegen Bots spielt, das ist klar Fortnite fällt PUBG und das ist wahr Fortnite hat nen Riesenpotenzial Zu dem schlechtesten Spiel dieses Jahr Noch ne Season Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Ja 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 Yeah Ey Fortnite Das Spiel mit dem Bauen Und den schlechten Seasons Ich kann Fortnite nicht mehr ernst, denn nur noch Werbung wie im Fernsehen Nike, Marvel, DC, Rari, Bundle, GG Gibt es etwas, was Fortnite noch nicht gemacht hat, dann ist das ein gutes Update Oder eins, das auch mal Spaß macht Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Seit Season 10 wurd's komisch, Weltraum, UFOs und Agenten Und Season 20 lohnt sich, will man seine Zeit verschwenden Season 30, oh mein Gott, wann hört das endlich auf? Fortnite ist wie Lami, war im Hype und ist bald aus Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Das man nur noch gegen Bots spielt, das ist klar Fortnite fällt PUBG und das ist wahr Fortnite hat ein riesen Potenzial Zu dem schlechtesten Spiel dieses Jahr Ja Noch ne Season Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Ja 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 Ey Fortnite Das Spiel mit dem Bauen Und den schlechten Seasons Ich kann Fortnite nicht mehr ernst, nehm' nur noch Werbung wie im Fernsehen Nike, Marvel, DC, Rari, Bundle, GG Gibt es etwas, was Fortnite noch nicht gemacht hat, dann ist das ein gutes Update Oder eins, das auch mal Spaß macht Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Seit Season 10 wurd's komisch, Weltraum, UFOs und Agenten Und Season 20 lohnt sich, will man seine Zeit verschwenden Season 30, oh mein Gott, wann hört das endlich auf? Fortnite ist wie Lami, war im Hype und ist bald aus Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Das man nur noch gegen Bots spielt, das ist klar Fortnite fake PUBG und das ist wahr Fortnite hat nen riesen Potential Zu dem schlechtesten Spiel dieses Jahr Ja Noch ne Season Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double Pump, heute wird das Spiel reinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann, spielt das Game die Mann Ja 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 Yeah Ey Fortnite Das Spiel mit dem Bauen Und den schlechten Seasons Ich kann Fortnite nicht mehr ernst nehmen, nur noch Werbung wie im Fernsehen Nike, Marvel, DC, Rari, Bundle, GG Gibt es etwas, was Fortnite noch nicht gemacht hat, dann ist das ein gutes Update Oder eins, das auch mal Spaß macht Damals Spaß gehabt mit der Double-Pump, heute wird das Spiel deinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann spielt das Game die Mann Seit Season 10 wurd's komisch, Weltraum, UFOs und Agenten Und Season 20 lohnt sich, will man seine Zeit verschwenden Season 30, oh mein Gott, wann hört das endlich auf? Fortnite ist wie Lami, war im Heim und ist bald aus Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double-Pump, heute wird das Spiel deinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann spielt das Game die Mann Dass man nur noch gegen Bots spielt, das ist klar Fortnite fake PUBG und das ist wahr Fortnite hat ein Riesenpotenzial Zu dem schlechtesten Spiel dieses Jahr Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double-Pump, heute wird das Spiel deinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert? Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann spielt das Game die Mann Damals Spaß gehabt mit der Double-Pump, heute wird das Spiel deinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert? Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann spielt das Game die Mann Ja Yeah Ey Fortnite Das Spiel mit dem Bauen Und den schlechten Seasons Ich kann Fortnite nicht mehr ernst nehmen Nur noch Werbung wie im Fernsehen Nike, Marvel, DC Rari, Bundle, GG Gibt es etwas, was Fortnite noch nicht gemacht hat? Dann ist das ein gutes Update Oder eins, das auch mal Spaß macht Damals Spaß gehabt mit der Double-Pump, heute wird das Spiel deinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert? Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann spielt das Game die Mann Seit Season 10 wurde komisch, Weltraum, Wufus und Erkennten Und Season 20 lohnt sich, will man seine Zeit verschwenden Season 30, oh mein Gott, wann hört das endlich auf? Fortnite ist wie Lami, war im Heim und ist bald aus Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double-Pump, heute wird das Spiel deinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert? Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann spielt das Game die Mann Dass man nur noch gegen Bots spielt, das ist klar Fortnite fake PUBG und das ist wahr Fortnite hat ein Riesenpotenzial Zu dem schlechtesten Spiel dieses Jahr Noch ne Season Noch mehr Geld verdienen Damals Spaß gehabt mit der Double-Pump, heute wird das Spiel deinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert? Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann spielt das Game die Mann Damals Spaß gehabt mit der Double-Pump, heute wird das Spiel deinstalliert Ich bin abgefuckt, Epic hat versagt, was ist mit dem Game passiert? Es war angesagt, in der ganzen Stadt hat jeder das Game gespielt Doch seit kurzem dann spielt das Game die Mann Ja